aber ich hatte wir tapperten wie die tür im jungle gerade mal wer mit seiner scheiße bildet die ganze leider dass meine ultra ausgedrückt hat und so brennt jetzt bei dir eigentlich auch der himmel gerade ich habe es im spezialemode brennt der himmel von dem harte skin der der spezialemode ist auch total krank eigentlich also warum kommt es eigentlich dass dieser scheiß zu lernen mich auch formt alle jetzt mein mann erholt alle ja holen ja Ah, du Hund! Ich hab alles weg! So schön weggehen! Helbo könnte mitgekommen. Da war glaube ich irgendwo rechts oder der Speck. Das sind so Dinge, als ich so weit vorne aggressiv stehen. Ich hab 8, das ist ready. Ich hab den ganzen Traurig zurückgeht. Ah, und merke, dass kein Red Buffer da ist. Rechts fehlt auch. Ah, das ist wieder Lane. Das ist da nur Kronos Pendant. Pass auf, ihr könnt rechts kommen oder der Schwamane wieder. Ich hab bei mir gewordert. Schwule eigentlich, ob sie es nicht sehen, wenn er kommt. Keine Ahnung. Komm. Komm. Nice. Oh, der kommt noch rar. Alter, der hat aus meiner Ability rausgeschossen, dieser Pisser. Der kommt hinter euch. Ich will singen. Ah, der ist Gap. Alter, ich hab kein Mana, Alter. Und der steht in seiner Heilscheiße drin. Komm, 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 komm. Oh, ich bin so low, Alter. Der ist irgendwo beim Fire Demon. Ich hole ihn mir. Nice, oh Gott. Alter, dann holt er sich mit Blink den Ultra Lowen. Was an der Ratte. Ja, der gönnt sich irgendwie alles. Ja, Alter. Weil du die Kills zerst. Ja, das meine ich ja. Keine Ahnung. Ich hatte halt auch schon ein, zwei Kills haben können. Easy peasy. Der Gauner. Der Gauner. Mach mal dein Tower ein bisschen. Ja, Chuchu ist da. Speed ist weg. Und da kommt noch der Hebo, Alter. Alter. Egal. Hebo. Oder zurückgehen sollen. Egal. So low, Alter. Shit. Jetzt holt ich. Reinigung. Ich hab nicht gut Mana. Die Grenze legen. Hebo kommt. Nein. Okay, Hebo geht weg. Alter, ich krieg mich im Tower, Mann. Loll. Ja, guter Tower hat die noch bekommen. Das wär aber gut zu schön gewesen, wenn der nicht überdauern gegangen wär. Hör mal mit. Hör mal mit. Enemy missing right. Oh, Herr Herr, Hör mal mit. Hör mal mit. What. Mein Autotech. Meine. Hör mal mit. Oh nein, das ist Hebo. Oh, Speedy Gonzales. Komm herüber. Ich bin schneller Hebo. Auf seinem Teppich, Alter. Der ist richtig deprimiert. Dann ultet der raus. Jeder kommt aus meiner Scheiß-Ult raus. Das gibt es ja nicht. 11, 12. Okay, komm. Nice. Alter, so schnell. Ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich. Ulti-Time. Jetzt kommt bestimmt Hebo. Hebo, komm. So, komm. Warte mal, warte, warte, warte. Steht bestimmt hinten in irgendein Jungle. Das ist verschont. Nice, Alter. Opfer. Wird mich ankotzen. Oh, kommt auch noch. Huijie. Hier ist schon alles gut. Der ist gönzig. Auto-Attack. Zwei so Auto-Attack-Kills, Alter. Den anderen, den, 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 den ADC, den Gegner schon ADC vor, auch so mit soem Auto-Attack weggeholt, Alter. Alter, so der gerade immer richtig kalt, so vier Leute ballert auf ein Auto-Attack und kipptick. Oh, Mann. Oh, hier kommt was. Oh, guck mal, da kommt jemand. Hallo. Miau. Warte, wie schnell du bist. Musst du auch noch irgendwas mit Movement holen, Alter. So ein schneller, hartes. Komm. Komm. Geh rein, Uwe. Was? Oh, Ulti, bist du? Jetzt auch, ja. Nein. Alter, sie hat mich rar getötet. Guck mal, Leute. Achso, ihr seid schon am Ding. Okay. Ich mach so ein bisschen Backwalk. Aber jetzt, warte. Du hast es einfach nicht gebraucht, Alter. War mal in der OP.